Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir möchten uns mal mit diesen komischen Böden in dem Taus Stier Heini anlegen. Und hoffen, dass es klappt. So, wir brauchen Pfeiler. Ja, Pfeiler haben wir. So, dann. Woa. Nein. Wie mach ich das denn jetzt? Ich müsste eigentlich das Ding machen. Nein, 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 nein. Ah. Mist. Ach, toll. Na. Was war das denn? Nein, weg. Ah. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein. Ah. Na toll. Hätte er mich in den Z-Klick. Ach. Oh, shit. Oh, shit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss das Springen machen, oder? Au. Genau, Tenguei. Bleibt noch weg. Ah, shit. Okay. Hilft mir das was? Nein, hat nicht zu helfen. Ähm. Nein. Ausrüsten, aber den. Einfach mal ausprobieren. Nein, hilft auch nicht. Zauberpulver. Nö. Ich habe keine Option mehr. Das hatte ich, glaube ich, schon mal ausprobiert. Ja, das geht auch nicht. Keine Chance. So, den Bogen haben wir auch schon mal ausprobiert. Klappt. Oh, Moment. Wir haben ihn jetzt getroffen. Wie habe ich ihn gerade getroffen? Oh, wow. Wir haben es. Wir hätten ihn schon viel früher besiegen können. Ich habe nur nicht gecheckt, wie. Was ist das? Du hast den Maskottchen-Schüssel. Okay. Okay. Puh. Das war... Gönnchen knapp. Naja, nicht ganz voll. Ähm. Coole Sache. Na toll. Ich wollte doch hier den Staub. Ah, das ist der Windfisch. Oh, Island, Kokolent. Bist, äh, nur eine Illusion. Oh. Na, Bewohner, Monster, Meer, Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Wächst zu den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen. Wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Ja, genau. Das heißt, alle werden hier, egal wie wir denen helfen, die werden am Ende verschwinden. Hm. Ah, dadurch sind wir vom Fisch quasi wieder befreit. Wo hast du das Bild gesehen? Natürlich, weiß man nicht genau. Oh, Kokolent, tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Uh, uh. Weil da weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gelesen ist. Uh, uh. Moment, Kind, die Wahrheit, nur der Windfisch. Uh, uh. Vertraue deinem Gefühl. Irgendwann wirst du die Antwort wissen. Uh, uh. Hm. Und Marin hat gesagt, wir sollen sie nicht vergessen. Deswegen hat sie das auch gesagt. Hm. Vielleicht weiß sie sogar das. Hm. Hm. Hallo? Hm. Hm. Vielleicht wussten sie auch, dass wir in einem Traum sind. Kann ja sein. Was ist deswegen gesagt. Geht mir aus den Augen. Jetzt nichts. Der einzelne hier, der sieht voll verdächtig aus. Nö. Sorry. Autsch. Wir sterben. So. Aber wieso treibt man von einem Bild, das einem die Zukunft quasi vorhersagt, dass man in einem Traum ist? Hm. Interessant. Wow. Sie sind wie ein Viecher, ne? Toll. Offen wir der Windfisch nicht die Augen. Bleibt der Held auf ewig? Äh, auf dieser Insel. Ja. So. Deswegen haben wir das auch gesagt. Ups. Falscher Weg. Toll. Hör mal. Kannst du doch ruhig sein? Ah. So. Wir sollen da oben hin. Tschüss. Oh mein, das ist halt dieser Weg hier, ne? Nein, ich will jetzt, wir den haben. Und Vergesser. Aha. So, einmal rüber und hoch. Und sind wir jetzt auch da? Warum wir hier einen Aussichtsposten haben, keine Ahnung. Ach, das ist vielleicht der Eingang, soweit wir das hier öffnen. Na, fährt das hoch? Oder runter? Hoch, bitte. Jetzt macht es doch mehr Sinn. Und ein neuer Tempel. Und ein neuer Tempel. Masken-Tempel. Okay. Woa. Woa. Okay. Ich muss wahrscheinlich das benutzen Aha Ah Mann, was für eine Verständung Toll Voll daneben Ich will mich verarschen Kann ich jetzt blockieren Ja, kann ich Gut Oh Cool, Alter, Franz Uff, das sieht immer schwerer als schwer aus Moment, reicht eine Kraft, da finde ich Aha, die werden noch stärker Was ist diese riesigen Dinger Ja, hallo Ich habe doch nie Glück Ach jetzt Okay, wir müssen also noch stärker werden Oh, guck mal Ich habe das schon länger nicht mehr gesehen Aha Ach das wieder Tschüss Was bringt mir das Ich muss das erstmal machen Ich habe ein paar Herzen gebrochen Die Magia war ganz schön böse zu mir Oh, oh, oh Bis zuerst Okay Ah, Pfeile Ich möchte aber erst mal Das hier machen Ich wollte erst mal umgehen Aber dann ist mir Die Brüche gewandt aufgefallen Toll Toll Aha Wow Was sind das für Dinger Wow Geht weg Noch stärker Ich wollte mich einfach Tick blockieren Oh nein Hm Okay Wups Oh Oh, es nimmt nicht mal Schaden Der Müll So Hm Toll Vielleicht mal sonst angezündet hier So 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 Ob ich das da Umdrehe Dann kann ich aber nicht mehr rüber Hey Okay Gehen wir erstmal hier oben lang Okay Schaffigung Und eine Info Ohne ihren Schnabel Verstehst du sie nicht Okay Dann Vollgas Wie er da rumtippelt Voll cool So Langsam Stetig Kriegen wir noch ein bisschen Leben Na toll Warte mal Kann ich was schlocken? Ne Ich dachte ich kann es zurückschleudern Hm So Jetzt bringt mir also beides nichts Ah, ich verstehe Können wir das auch damit machen Spreicht ein bisschen Medizion Komm Ah, komm Toll Aha Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler Ich brauche Pfeile Erstmal Pfeile Ups Was war ein Falsches Okay Mach ne Bombe Ich gehe den ersten Mal dann Hier hoch Okay Aha Immer ein Sprengkompass Hat sich das jetzt gelohnt Was zu machen? Man weiß es nicht Aber darf hat es jetzt auf jeden Fall schon mal gelohnt Aber darf hat es jetzt auf jeden Fall schon mal gelohnt Sehr gut Sehr gut So Jetzt haben wir schon mal einen Schlüssel Zack 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 Arsch Muss ich nur mal gucken Bringt das was, wenn wir jetzt Ja Jetzt habe ich auch keine Krüge Nein Nein Toll Toll Ja ne Ein Schnabel Sehr gut Das heißt, er gibt uns irgendwelche coolen Infos, schätze ich Oh Lass mich da mal Ruhe Nein, jetzt bin ich eingesperrt So So Das So Jetzt bin ich mal zurück Jetzt kann ich mal wieder nur hier lang Hm Ich bin gar nicht zurück Das ist ja blöd Das ist ja blöd Okay Autsch Immerhin können wir ja ab und zu ein bisschen leben Kann ich damit da durch? Nö Okay Gucken wir nochmal Hier war das nicht Wo war das mit dem? Mit der Eule War das hier? Ne ne? Nein Musste irgendwie unten sein Ups Ach ne Da war ja nichts Ach ne, da war ja nichts So, wo das war? Ne, jetzt kann ich auch wieder zurück Nein, ich kann nicht zurück Nein, ich kann nicht zurück Ach, okay Ich kann also nicht zurück Aber im Fall schneller als du So Ja, was machen wir? Wenn ich den wieder aktiviere, dann war's das, ne? Shit Shit, shit, shit Ich muss den nochmal zurück aktivieren, das ist doch irgendwie doof Hallo? So Jetzt komm ich hier nicht mehr weiter Also irgendwo hängt's doch die ganze Zeit, oder? Irgendeiner Stelle komm ich auch die ganze Zeit nicht weiter Irgendeiner Stelle komm ich auch die ganze Zeit nicht weiter Nein Das kann ich da auch nicht gegen schießen, ne? Nö Okay Jetzt muss ich irgendwie rausfinden, was ich tun soll Ja Ich könnte ja hier durch Au Kann ich hier durchschießen? Ja Ah Moment So So, jetzt komm ich auch wieder zurück So Dann gehen wir mal zu unserer Eule So, was haben wir denn hier? Zerstöre Wände und du gelangst in die Augen Der Maske Wände zerstören Hm Ist also alles irgendwie Illusion Das sind Wände, ja Super Kann sich gar nicht wehren Ne, 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 keine Chance Gut, dann machen wir hier erstmal wieder Schluss für heute Ich versuche irgendwelche Wege zu finden Da ist schon wieder ein Krug Hier sind keine Krüge, ich verstehe nicht Egal Gut, äh, ja Wir machen beim nächsten Mal weiter Bis dahin dann Ciao